Hallo ihr Lieben, wir haben den 20. Dezember und heute machen wir Plätzchen. Richtig schöne, leckere Weihnachtsplätzchen. Ich habe die Kekse für euch gebacken. Ich habe die in unsere Geschenkverpackung gepackt. Die bekommt ihr ja auch bei uns in den Adventsvideos. Könnt ihr euch runterladen, ausdrucken und selber bauen. Ich mache die jetzt mal auf, damit ihr meine Kekse sehen könnt. Nein, damit ihr die bewundern könnt. Hier seht ihr ausgestochene Kekse. Dann habe ich die mit Schokolade geträufelt. Das war's. Ganz normale Kekse aus Butter, Vanillezucker, Zucker, Eier, Mehl und Speisestärke. Und natürlich flüssige Schokolade. Einfach so drüber geträufelt. Das Rezept gibt es wie immer hier unter dem Video. Einfach draufklicken, zu unserer Webseite gehen und dort könnt ihr euch das als PDF runterladen. In der Größe für euren Filofax. Da könnt ihr das ausdrucken und direkt einheften. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und leckeres Plätzchen backen. Und halt, vergesst nicht, Daumen hoch, abonnieren. Bis zum nächsten Video. zum nächsten Video.